Seit Ende Juli gibt es CONNECT aus Kirchen. CONNECT ist ein Projekt, das grundsätzlich unbegleitete minderjährige Flüchtlinge betreuen soll mit Freizeitangeboten, mit sinnvollen Freizeitangeboten. Wir haben da zwischen 300 und 500 Jugendliche pro Freitag. Das heißt, die kommen halt und haben das Programm. Ein Arbeitskollege hat mich gefragt, ob ich da mit Hilfe bin. Ich bin Sportunterfassiert beim Bundesheer und habe vorgeschlagen, dass wenn man 14- bis 18-jährige Männer hat, dass man da Crossfit macht. Crossfit, das ist so eine Art Intervalltraining und da hat man natürlich Feuerlöscher, Kettelpels, Sprungschnie und alles rum und dran. Und da kann man einiges mit den jungen Männern machen, sodass sie wissen, aha, ich bin auch noch ein bisschen halbwegs kraftvoll. Ich arbeite hier ehrenamtlich und ich bin eigentlich, weil ich fast jeden zweiten Tag hier in Dreiskirchen mit den Kids und dann kamen die zu mir, weil die wussten, ich mache Musik und meinten, ob wir das nicht irgendwie so machen könnten, dass wir mal eine Jam-Session organisieren, dass jemand kommt und mit denen eben Musik macht, dass sie tanzen, singen, rappen und was auch immer. Die Halle war, wie wir kommen, sind ganz leer und staubig und alles, was halt da jetzt hängt und die Halle irgendwie schöner macht und es interessanter macht oder auch herumsteht an Möbeln, das ist halt da entstanden. Das ist halt auch so ihrs, also das haben wir gemeinsam mit ihnen gemacht und von daher ist es halt auch ein Raum, den sie sich geschaffen haben und das ist, glaube ich, das Wichtigste daran, dass sie wissen, jeden Freitag kann man da herkommen und das ist so ein Teil unseres eigenen Lebenswohnen. Die jungen Männer können zum Teil sehr gut handwerken und dann haben wir eine Nähmaschine mitgebracht, damit sie auch Polster nähen können und dann haben wir halt festgestellt, da waren gleich ganz viele junge Männer dabei und dass sie viele von ihnen gut nähen können. Also ich merke schon, dass man für sich selber eine sehr klare Verabredung haben muss, dass man es auch wirklich schafft, jeden Freitag hier zu sein und auch vorher dieses Material zu besorgen, das macht schon in dem persönlichen Leben viel aus. Ich empfinde es so, man bekommt viel und geht sehr, wir gehen immer sehr froh nach Hause und habe das Gefühl, es war ein sehr erfüllter Tag. Die Quantität ist weniger geworden, die Qualität ist gleich geblieben. Also die Leute, die da sind, sind zum Teil seit Wochen und Monaten da, machen das mit einer unglaublichen Motivation und das zeigt, dass die Hilfsbereitschaft selber nicht nachlassen hat, aber dass das Zeitkontingent immer kleiner wird, dass die Lauter zurückgegangen ist. Und viele zahlen ja auch aus eigener Tasche rein, das ist ja nachvollziehbar, dass das ein Privathaushalt nicht so leicht verkraften kann. Also ist es halt eine Sache, die wir dem Staat eigentlich auch abnehmen, gewissermaßen. Und das kann es halt auf Dauer nicht sein. Also das, was wir da tun, sollte eigentlich angeboten werden. Untertitelung des ZDF, 2020